Hallo, ich bin der Mui, 56 Jahre alt, ich mache 15 Jahre Trainer und werde versuchen den Trausungspronomen abzuretten. Ehrlich gesagt, ich musste bei Trausungspronomen nicht viel machen, weil jedes Mal, wenn ich irgendeinen Verein wechsle, ich habe speziell zwei, drei Spiele, wo ich mit mir in der Mannschaft mitkomme. Und wir haben auch in kurzer Zeit, würde ich nicht sagen, in der Winterpause hatten wir genug Zeit gehabt zum Training, um ein Testspiel zu machen und die Spiele mal umzustellen, andere Positionen. Was mich da reizt, das ist, man soll entweder eine Mannschaft haben, wo jetzt wirklich nach Aufstieg spielt, oder im Abstieg, wenn ich zur Mannschaft genommen habe und ich schaffe das wieder vom Keller rauszukriegen. Und für mich ist das quasi, ob ich eine Mannschaft Meister gemacht habe oder jetzt diese Saison den gerettet habe. Ist doch auch so. Ich sage mal, es ist meine Spezialität, dass ich eben erst in der Mannschaft Disziplin schaffe und dann Kondition, Kraft, Erfolg kommt schon. Ich bin bei diesem hart ein Diktator, also hart. Ich bin hart. . Ich bin hart. Untertitelung des ZDF, 2020